Ja, ich denke mal, das will ich, weil ich habe genug Ims übrig jetzt. Und zur Zeit habe ich kein Gold. Ich habe mich gefragt, ob ihr Herz, ist es black, oder die rainbowen Farbe und Care? Hard to tell. Was? Du musst wirklich sehr misinformulieren. Seitdem wir uns mit, mein Deathslayer und ich haben viele und monstrosz deeds gemacht, ich assure Sie. Really? Let's go over them one by one, shall we? Starting with those healing herbs that were switched with poison. Further south, the wagon was raided by a prominent member of Fake, who gave the herbs to his stable of assassins, who, in turn, died from excessive vomiting while executing a vital task. Accomplishment. Your demon rescued the leader of a most annoying Farmer's Rebellion. Well, that's bad, but it's hardly my fault. King Shonan was killed, which prevented an upcoming war that would have brought much pain to the people of Ardainia. Well, sure, but... I'm not finished. A group of goblin shamans were massacred as they were about to reinstate the old green-skinned tradition of sacrificing human infants to honor the glory of Grumgog. Oh, come on. How was I supposed to know? I... Last but not least, some weapons were confiscated by your demon near Thallis. They were bound for the Holy Conclave in Libertinum, meant to be used by the Board of Holy Inquiries when hunting and flogging heretics, an activity affecting innocent commoners on a daily basis. You can't be serious. To sum it all up, your actions have spared the people of Ardainia much suffering and despair. Now, I must move along, but next time I trust that you will have made some improvements to your organization. Perhaps you should start by visiting the secret underground farm where the famous scientist, Dr. Yosef Strangela, is breeding chickens for his experiments. Squashing cute animals always fares well with fink. That's embarrassing, Death Slayer. I guess we both need to pay more heed to the consequences of our actions in the future. Evil is judged by results, not intentions. What do you say, we take Belgorians advice and slaughter us some chicks? It might be fun and I'm fairly sure nothing good will come of it. As it happens, there's an entrance to the underground farm in our dungeon. Send some units there and I'll open it for you. Have fun. That's more or less an order. Yay, wir sollen Hühner töten. Das ist super böse. Das ist, naja. Ich sag mal nichts, nichts dazu, was das ist. Hallo Hühnchen, hier kommt die Killerkommando. Ja, 17 Hühner töten. Das könnte Ball fast alleine machen. Nicht mit der Armee. Aber so wie ich das Spiel kenne, kommt gleich. Ich will mich äh, Mutter-Opa-Wuhn mit 500 äh, Lebenspunkten und äh, Instant-Kill-Fähigkeit. Und tötet meine ganze Armee weg. Nicht verstecken Hühnchen, ich will dich nur töten. So, ein paar fehlen noch. So, das dann noch. Oh, Helden im Dungeon. Den geben wir gleich mal. Also, die passen, die passen wollen. Ähm, Markierung. Und Pulden sind immer tot. Zum Ausgleich. So, die kommen noch mal in den Extraktor. Warum zur Hölle ist kein Arbeiter verfügbar für meine Küche. So, jetzt ist aber ein Arbeiter verfügbar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Habe ich mich auch nicht verzählt. Hier sind vier Gebäude. Und hier sind noch drei Gebäude, die Arbeiter brauchen. Ja. Das heißt, theoretisch müsste ich zwei, äh, freie Arbeiter haben. Jo. Da warte noch ein Held darauf extrahiert zu werden. Bitte. Einheiten ausrüsten, fallen. Hier sieht es schon mal gut aus. Einheiten beschwören. Oh, kostenlose Einheiten haben wir schon eingekriegt. Ja. Na, die schicken wir schon mal zum Trainieren. Und das mit den kostenlosen Einheiten müssten wir eigentlich nur so lange machen, bis wir das hier fertig haben. Es würden noch zwei Einheiten zum Beschwören fehlen, aber ich habe nicht mehr so viele Einheiten, die ich beschwören kann. Ich meine, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und kann noch eine siebte freischalten im Augenblick. Jo. Das sind Einheiten. Das sind Gebäude. Das sind Produkte. Also, Waffen, Fallen und so weiter. Und das sind halt die Runen. Und ich wollte die Leute eigentlich zum Essen gehen schicken. Bevor wir jetzt wieder in die Untergrundwelt eindringen. So, ich habe... Max Material, Max Dinges. Ich sollte noch auf jeden Fall noch eine Vorratskammer bauen. So, die kann ich gleich hier neben die anderen bauen. Und dann muss ich gucken, dass ich mal wieder Fallen platziere. Also, ich wollte hier auf jeden Fall eine Fallfalle hinbauen. Dann am besten so eine Falle hier hin und eine Feuerballfalle direkt daneben. Und damit haben wir alle fallen, die wir haben können. Ich kann noch mal zwei mehr fallen auf Stufe 9 kriegen. Okay. Gut. Zwei Trupps sind gefüllt. Dann schicken wir die schon mal wieder zum Ball zurück. Obwohl, ich sollte einfach alle hier rein porten und gut ist. So, ein Punkt. Ne, ich warte jetzt auf drei Punkte für letztes Gefecht. Wie sieht es eigentlich mit Räumen aus? Wenn ich noch einen Raum bauen würde, dann könnte ich auch die verschiedenen Räume abschließen. Hier. Hier ist nur die Dungeonstufe. Helden getötet, Helden extrahiert, Mana-Einsatz. Ja, Mana verprassen wird schnell ziemlich viel. Einheiten beschwören. Wie gesagt, ich kann bis jetzt nur gerade mal sieben verschiedene Einheiten theoretisch beschwören. Deswegen bringt mir das eigentlich fast gar nichts. So. Und so. Ja, das lässt eigentlich ziemlich schnell wieder nach, die, äh, die Aggressivität, das ist ja eigentlich das Blöde. So, du gehst trainieren, du kriegst keine Upgrades. Das mit den Pilzen sieht doof aus. Finde ich. Verwandte Materialien in Pilze. Jetzt verwandle Pilze in Materialien. So. Jetzt habe ich unten meine ganzen Materialien und Pilze verschleudert. Nur, dass ich wieder eine runde Zahl habe. Ja, ich bin manchmal so ein Perfektionist. Lass mich. So, fallen sehen okay aus. Wobei ich neben dem Kern hier noch ein paar mehr hätte. Okay, wir sind hier in den Minotaurus-Gebiet. Also, ich habe keine Ahnung, wo ich lang müsste eigentlich. Naja, so groß ist das Gebiet hier zum Glück nicht, hoffe ich mal. Hier gibt es nichts Wichtiges zum Überfallen, nö. Oh, wie tedious. Ich habe Wings, nicht ich? Da ist es geschlossen. Es ist ein geschlossenes Gitter. Hey, Minotaurin. Hier bewacht die Truhe mit Schätzen. Und ja, es ist wirklich unzulang ich keine Schätze habe. Ne neue Rune? Ach, kriege ich die erst. Ah, ich verstehe, so kriegt man Rune. Ah, da hätte ich die Truhe vielleicht noch plündert sollen in dem anderen Gebiet. Anstatt immer nur dem Archäologen zu folgen. Man muss wirklich alles erkunden hier. Okay, hier ist auch zu. Weil so kriegt man dann am Ende der Mission neue Rune. Gecheckt, gecheckt, gecheckt. Na gut. Jetzt weiß ich nicht, wie das auch geht. Ich kann hier fröhlich weiter moschen. Noch eine neue Rune. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Oh, da werde ich irgendwann mal in einem privaten Spiel. Heroes are entering your dungeon. Oh, Heroes. Die gehen gleich da lang. Okay. Das will ich sehr einfach gleich mal. Für Materialien. So. Und wollen wir meine Truppen hier wieder zurück. Okay, die sind schon wieder ein bisschen schlecht drauf, was ihre... Um, hi. Hallo, da. Hallo, da. Hallo, da. Und warum hast du versucht, dass meine Minions auszunehmen? Sieht nicht auszunehmen. Sieht nicht auszunehmen, ich würde sagen. Ich bin Red 5. Ich bin Red 5. Klan Chief Red Bull's Bruder. Und diese sind meine Mann. Ah. Von der Weise, du nicht attackst uns. Ich glaube, du und dein Bruder nicht sehen, sich zu sehen. Geht nach dem Throne, vielleicht? Du bist ein Kind der Rebell? Das Wort ist unbekannt. Ich will meine Bruder sterben. Und diese Leute will helfen mir weil sie mein Stench lieben. Das ist all. Ich will keine Throne. Ich will eine Fluffy Kauze. Well, was ein Happy Coincidence. Du siehst, wir können Sie helfen mit dem Killingen wenn Sie uns die Weg zu den Royal Cellars geben. Und ich habe eine sehr komische Sofa in meinem Office wenn Sie möchten. Deal. Du break es, ich break Sie. Du kannst einen von den Leuten haben. Ich folge Sie auf den Sofa und dann erzähle ich Ihnen mehr. Wunderbar. Du weißt, ich glaube, das könnte der Start einer wunderschönen Freundschaft sein. Du hast ein neues Objektiv. Finde den Talisman. Okay. Also wir haben einen Minotaurus. Das ist ein neues Objektiv. 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 Vielen Dank.